Es war zwölf Uhr nachts, aber ich konnte nicht schlafen, weil ich an dieses Klopfen denken musste. Ich hatte die Vermutung, dass es ein Geist sein konnte. Also kein Pinguin mehr? Doch, das kommt nicht. Okay. Der Chamisso-Preis steht schon seit vielen Jahren eigentlich auf zwei Beinen. Das eine ist die feierliche Auszeichnung eines oder mehrerer Autoren mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis und der feierlichen Preisverleihung. Das zweite Bein ist die sogenannte Chamisso-Begleitförderung. Das sind Schreibwerkstätten mit Schülerinnen und Schülern, das sind Lesungen von Chamisso-Autoren auf Festivals, das sind Begegnungen der Autoren mit ihren Lesern und auch mit Menschen, die sie anregen zu schreiben und über ihre Lebensgeschichten nachzudenken. So, dieses Projekt, das ich hier betreue mit Frau Schirack, ist besonders hilfreich, weil wir hier freischreiben können. Die Kinder haben nicht diesen Zensurendruck, den ich natürlich über den Lehrplan ausüben muss. Und die Kinder kommen hier speziell in dieser Schreibwerkstatt mit einer großen Lernbereitschaft und das ist besonders schön. Wir haben so eine Postkarte bekommen, jede wird sich eine auswählen. Ich habe die hier gezogen, die gefallen mir. Und darüber schreibe ich jetzt eine Geschichte. Das bringt den Kindern schon viel, also aus meiner Erfahrung heraus. Sie können einfach mal auch Emotionen, die sie nicht loswerden können im Verbalen, das können sie alles in die Geschichten reinstecken. Also die Arbeit mit Jugendlichen macht mir einfach auch Spaß. Also das sind Schreibprozesse, da sieht man sich auch vor 30 Jahren, wo man die ersten, okay, bei mir ist schon länger her, die ersten Texte geschrieben hat. Und auch die Freude bei den Schülern, dass sehr wohl dabei etwas rauskommen kann. Das ist mal was anderes. Und auch Wichtiges. Sehr Wichtiges. Ein wunderschöner Leserort hier natürlich in der alten Zeche. Also ich lese auch wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Und ich reise auch sehr gerne. Also für mich ist das mit eine Grundbedingung dieses Berufes. Man merkt sich die dann auch sehr lange. Man nimmt diese Eindrücke mit. Das Interessante ist, dass einem als Autor diese Lesungen selber Perspektiven eröffnet auf sein Werk. Also wenn man zum Beispiel darauf hingewiesen wird, auf diesen Aspekt oder ob diese Aussage das und das bedeutet. Und das ist auch das Schöne, dass man selber dann, obwohl man das Werk so geschrieben hat, noch wieder dazu lernt. Und diese Begegnungen und diese Literaturvermittlung, gerade auch für Kinder und Jugendliche, die werden wir nicht nur fortsetzen, sondern auch ausbauen. Eigentlich wollen wir, dass so etwas wie hier das Chamisso-Lese-Fest in Dortmund Modell steht für viele vergleichbare Veranstaltungen, die wir noch planen. Und dabei wollen wir natürlich mit den Chamisso-Autoren weiterhin ganz eng zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten. Und dabei wollen wir mit den Chamisso-Lese-Fest in Dortmund zusammenarbeiten.